Ja gut, passt auch. Okay, ja, dann herzlich willkommen zur zweiten Walk With Me Session, diesmal im Jetzt in GTA Online und wir haben wieder ein paar Menschen mitgebracht, mit denen wir gemeinsam jetzt einen kleinen Spaziergang machen wollen. Wir können mal schauen, wer sich hier mit uns des Nachts auf dem Spielplatz versammelt hat. Wir haben auch ein paar englischsprachige Menschen dabei. Wer steht hier direkt vor mir? Tanki. Ich bin nicht englischsprachig. Du bist nicht englisch. Ich soll nicht englisch reden. Nein, aber wie heißt du? Ich bin Kemal. Hallo Kemal. Hallo Kemal. Du bist mit uns hier auf der Reise, sehr schön. Wen haben wir noch dabei? Nein, ich bin schon ein bisschen außerhalb von dem. Ihr wollt nicht mitspielen, ne? So, wer ist die schicke Frau hier im adretten Business Look? Ja, ich bin Rahe, ich bin hier in Business Casual, looking forward to heading to my very well-paying office job, which does not pay well enough to get me anywhere closer to my office. Deswegen müssen wir die Öffis benutzen, schätze ich. Und wer bist du? Coole Sonnenbrille. Ich bin der Mietja. Hallo Mietja. Hallo. Und natürlich auch willkommen an alle Gäste, die so zuschauen. And you didn't introduce yourself. Oh, richtig. Ich bin Mad. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach los, weil wir haben keine Zeit. Und dann laufen wir mal los. Wir sind hier irgendwo in einem Hundepark gestartet. Es scheint ein Areal zu sein, wo sich des häufigeren Nachts mal Menschen treffen. Auch hier zu viert, glaube ich, ein wenig die Nacht durchgezählt. Drank one too many Espressos last night and couldn't sleep. Oop. All right, but yeah, as we mentioned before, at least I do not have a job that pays me well enough to get a car or a flat anywhere closer to my place of work. And I obviously am not going to steal a car because who would do that? And so we are heading to work, not by foot, but we are now on our way to public transportation to try and see if we can get to work all the way without having to steal a car or anything like that in Grand Theft Auto online. Genau. Wir sind alle noch so ein bisschen Jobanfänger. Viele. Wir sehen schon, das klappt ja als Gruppe überhaupt nicht. Wir sind viel zu weit voneinander entfernt. All right, I'm just gonna stand here. Okay, there you are. See, that's my power walk. It's these heels. They just make me walk fast and self-assured. Ich dachte, du wolltest stehenbleiben. Ja. Fine. Catch up. Okay, okay, so, da sind wir gleich. Wir können weiterlaufen. Nun, ja, wir wohnen anscheinend ein bisschen außerhalb der Stadt und es ist immer ein bisschen eine Blamage, wie wir hier durch das Villenviertel durchlaufen müssen, um überhaupt zum nächsten Stock zu kommen, wo wir in ein öffentliches Verkehrsmittel überhaupt einsteigen können. Schon allein das jetzt schon sehr gefährlich. Das hier ist jetzt der Weg, auf dem man laufen darf. Yeah, we're gonna head south the second we can. Ich bin, können wir, können wir bitte die Straßenseite wechseln? Das kann ja nicht richtig sein. Lass mal gucken, ob ein Auto kommt. Nein. Okay. Oh, nee, das sieht nicht wirklich besser aus da drüben. I mean, we are gonna, on our next left, we will turn left and head on south. Ich finde das überhaupt nicht gemütlich hier gerade. Wie seht ihr das so? Yeah, I'm not enjoying this. I'd rather knock it run over on my way to work. Es ist gefährlich, würde ich sagen. Es ist richtig gefährlich. Guck mal, wie Nadie hier fahren mit ihren riesen Pickups. I don't know if you just saw this, but this handyman there was just floating. What? Yeah, he was just... Also, I saw that someone in the Twitch chat is asking for a lobby code. We, I don't think we are playing with lobbies. We are playing via friend lists. So, I'm not quite sure how... I don't know if that's my microphone. I'm very sorry if that is me. I will try to move as little as possible. It's not working. But yeah, no, we are playing via friend lists. Es ist wirklich schon ein bisschen gemein. Guckt euch das mal an da drüben. Was macht er denn da? Telefoniert er gerade mit seinem Auto? Yeah. See, he's lucky. He has a car. Vielleicht ist es kaputt, deswegen muss er jetzt erstmal telefonieren. Vor allem mit wem telefoniert er? Aber ich würde auch so dastehen, wenn das Auto nicht funktionieren würde. So, weiter geht's. Ja. Wo gehen wir lang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich gerade angefahren oder was? Nee. Wo sind denn jetzt schon wieder die anderen? Hallo? We are just heading south. I also like the fact that I'm the one leading you guys, because I don't think I have the best, like, Orientation sense, but we make do. Also, nachdem wir gestern so in der Vergangenheit waren, so ein paar Schritte voraus, jetzt haben wir natürlich hier alles asphaltiert. Und ich muss sagen, ich finde, die, ähm, die Gradlinigkeit vermisse ich ein wenig, dass man weiß, man möchte in diese Richtung, dann läuft man da lang, da ist ein Trampelfahrt irgendwo und wenn man Glück hat, findet man noch einen Wegweiser an einer Kreuzung. Hier gibt es so viele Kreuzungen, da kann man sich echt verlaufen. Oh, Gott. Are you also hearing these technical, ow. That is quite loud. But, yeah, honestly, it is always incredible how confusing the world gets once everything is built, and there's people everywhere, and streets and whatnot. because, also, I mean, we are going the right way, but also, it would be a lot easier to just jump down the hill or, like, go down the hill on a horse, like we were doing yesterday. Okay. Okay. All right. Yeah, I'm waiting for you guys. Sorry. 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 Also, I still see the last remnants of Halloween decorations around here, which is quite cute. A quick thing in between. I cannot hear Matt right now. I can't hear you. I don't think I can hear anyone. Ah, okay. All right. But I'm glad it isn't me. Then, I will just talk the entire time. But, yeah, honestly, I also find it quite interesting that we are here in suburbia, and it does seem to be a given that everyone has a car, because there is no public transport to be seen. Because we are having to head into the middle of town to catch a railway. Yep. All right. Okay, so Matt cannot talk right now. But let's see. Kima is a bit far behind, so we'll just walk a bit more slowly. We still have a bit of a way to go anyway, so time to tour all of these very expensive houses, which do look quite different from houses here in Germany. Let's see. All right. We've got the two of you. But, yeah, the views, like, we had such nice views yesterday when we had all the nature all around us, and, like, the change of weather and whatnot, and here it does just seem to be a constantly changing view of houses that are for sale, fancy cars driving by, people being angry that we are walking this way, and not much of nature to be seen. Oh, jeez. Are you guys being run over? Oh, look, you're holding up traffic. This is how a rush hour starts, by people who have to walk to work instead of having to drive there. It really does look quite funny because you have the cars right behind you. Oh, I can hear you. That's very nice. Hello, Matt. He's a very aggressive type. Yeah. He's going to say hello. I've been doing that extra. 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 All right. Data. So, endlichen Fußweg. Yeah, I don't think it's going to be for long, if I'm being honest. But we are heading into town now, so it will take a bit, but we will get there, and then we'll have a nice change of scenery, and then we can take the subway. I already, I think I mentioned that at the end of the stream yesterday, but when we were preparing for this, we were hoping to take some bikes and just bike into town. But that plan got hindered by the fact that the police kills you in Grand Theft Auto Online if you have a bike on you and you're taking that into the subway, which I hope is not representative for real life Los Angeles. I feel like that would be a bad move, to put it lightly. I think the police is also relatively hard, if it's really so, if they're going to get to the airport immediately, if you're going to get to the bike in the U-Bahn. I mean, in Berlin you always know the phrase, the bike is not in the first car, but it's not in the first car. Yeah, like, I mean, I've also had my fair share of experiences were like, trains were very full and then we had to, when like people with bikes came in and I would also think, hmm, not the best timing right now, but also, I mean, at some point all trains are full, so you do have to just accept it in that regard. Is everyone still following? Nah, du bist zu schnell. Oh sorry, it is the power walk. We don't know, dass du so schnell lauchst. Aber, also, nochmal, ich muss echt hier an, laufe ich hier noch richtig? okay, kommt das so langsam um die Ecke. Dafür, dass es halt wirklich hier so dieses Villenviertel ist und eher so echt alles schick aussieht, finde ich es schon ein bisschen merkwürdig, dass es nicht auch schöne Wege davor zu sehen gibt. Yeah, you would think these people pay enough rent to have nicely kept streets and also like a bit like walkways where you can actually walk and you're not walking in the middle of the street. But also, to be honest, as someone who used to live in the United States, that is, it's not that unrealistic. You don't really go anywhere by foot. Like you, most of the time you have to go everywhere. with your car and like seldom with a bike. So, it is quite representative, which is obviously not a surprise. But it is very different from towns in Germany or like anywhere else rather. I have heard of it, that in other cities it is more so normal is, I feel like really not very welcome in this city. I would really not like to go to the city. Not in this area as well. No, I agree. There's a little on the street. It could be. Maybe. 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 There are a lot of people with a car and a bus. Alright, I'm going to check the map. We are continuing this way down. working at the airport for everyone who is going to be keeping track of just how, Richtig, wir arbeiten im Flughafengebäude, deswegen ist es auch wichtig, dass wir rechtzeitig ankommen, weil da geht alles genau nach der Uhr. Der Flughafen ist leider am anderen Ende der Stadt. Ich wollte gerade sagen, es ist ein sehr schöner Weg hier, es ist aber nur eine Parkfläche. Bei Dörfern ist es auch manchmal so, sagt der Jet, aber da fahren weniger Autos, deswegen ist es auch weniger gefährlich und gar nicht mal so schlimm. Es ist ein interessanter Aspekt natürlich, dass es so eine Mitte gibt, dass es in ganz kleinen Städten okay ist, in ganz großen Städten nicht. So. Ich glaube, was wir da sehen, ist die Ampel für den Verkehr. Ja, ich... Okay, jetzt können wir gehen. Ich bin sorry an dieser... Ich war gut in der Praxis. ...Trafik... ...Things. Hey! Oh, 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 oh. Achso. Darf wir oder? Ich meine, ich denke wir können. Vielleicht ist das Crossway-Sign nicht so lange. Okay, ich gehe an dieser Seite, weil ich nicht will, dass ich einen Startdessen bin. Hier unten. Ah! Das sieht aus wie nicht für Fußgänger. Das ist ein bisschen merkwürdig platziert. So schräg. Wer schaut denn da drauf? Und hier ist ein Knopf da drunter. Aha! Was kann man hier machen? Wenn man dem drückt, was passiert dann? Dann darf man rückwärts umfallen? Oder... Das ist ein bisschen... Ich meine, du kannst es nicht sehen. Oder... Ormika und ich stehen gerade jetzt. Es ist eine sehr schöne, kleine grüne Umgebung mit viele Butterflüge. Oh, oh. Das ist sehr schön hier auf der Seite. Schmetterlinge. Ja, viele Butterflüge. Ah, Mikael ist nicht frolicking in der grüne Natur. Das erste Mal sehen wir ein bisschen Natur in der Stadt. Wir müssen sofort hier reinspringen. Oh, wow. Everyone breath in those flowers. Ach, das sieht dir wirklich schön aus. And now we return back to the center. Schmetterlinge vor Beton. Guck mal, das ist doch... Da sind sie weg. Da sind sie wieder. I don't know what yesterday's novel... Like, is anyone in chat, who was there yesterday? What was our novel title that we had sorted out? I think it was like something with like stars? Like... What was it? Like horseback and stars? Probably not, but... Ja, auch hier wird wieder geraucht. Es hält sich hartnäckig. Wie jetzt haben wir hier Wege zum Laufen? Erstmal alles platztrampeln, sagt der Chet. Nun, besser. I was very careful. Do you see how small my heels are? I was not flattening anything. That was the other people. Ich wollte nur Schmetterlinge sehen. But I feel like it's... Like... It is getting so much more spacious here. Um... As opposed to the suburban area. Ja, aber es ist vielleicht auch einfach noch nicht fertig. Deswegen ist hier so viel Platz. Maybe. Es sieht aus wie eine Baustelle. Okay. Do we have a crossway here? I don't think we do. Um... Do we trust ourselves to get across the street without anyone getting run over? Darf man hier drüber laufen? Was sind das hier für Zeichnungen denn auf der Straße? I have no idea. Also, da steht Stop für die Autos. Das ist schon mal gut. Und dann... Like, I mean, I think we do have to cross. Es gibt irgendwie einen Bogen, der hier so geführt. Let's just try it. I'm going across. Goodbye. Ah, made it. Okay. Na gut. Wenn ihr das schafft. Oh, look behind you. We can see the Observatory. It's actually quite nice. Up the street here. Mhm. Wer lässt denn hier den Bild liegen? Hat hier grad jemand was getrunken? Mhm. I didn't do anything. Aber auch die Aussicht ist ganz schön. Wo kommen wir denn hier so langsam nach? Hat jemand ein bisschen Stadtkenntnis? Ja, who knows their way around? Does anyone in the chat have any fun facts about where we are? I think we got a lot of good ones yesterday, so... No shit, no heart and asking again. Das ist wieder ein Podcast. Ich hab mich ja auch ein klein wenig informiert schon vorher, muss ich sagen. Ich dachte, wenn wir hier in einer riesigen Stadt unterwegs sind, ich stell einfach mal eine kleine Quizfrage. Wann gab es die erste Großstadt? Ist das jemand von uns? Ich bin sehr froh, dass ich ihm nicht die Chance für das vorbereiten habe. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja so lange her. Man kann es... Man kann ja mal schätzen einfach. Was glaubst du? Ich denke, wie wir die Stadt definieren? Ist es bei den heutigen Terms? Ist es bei den Terms der Zeit? Ich denke, wie Cologne oder so, in den Medievalen Zeiten... Oh, wir können Cross, by the way. Ich denke, wie Cologne ist es, wie Cologne. Ich denke, dass ich nicht so viele sind. Ich denke, ich denke, 600 A.D. 1800 A.D. Nun, es ist früher auf jeden Fall. Es ist früher auf 600 A.D. Ist es wie eine Aztec-Mega-City oder so? Oh, Gott. Oh Gott, jetzt wird das Internet wissen, dass ich nicht so schlecht bei den Zeiten wissen. Jetzt bin ich kurz verwirrt mit dieser Ampel da. Was genau zeigt ihr an? Ich sehe, dass eine Straße gerade ausgeht durch so einen kleinen Torboden. Wir haben gerade noch rot. Ja, jetzt können wir gehen. Ja, jetzt können wir gehen. Du Junge, was hupst du denn? Ja, dann fahr halt auf der Straße. Ja, dann fahr halt auf der Straße. Oh Gott, road rage all the way. Und was haben wir hier? Das sieht ziemlich gut aus. Es sagt, Keine Skaten, Keine Rollerbladen, Keine Bicycle und Keine Skateboarding. Okay, es ist gut, dass wir keine Bicycle haben. Ja, ich bin ehrlich gesagt. Äh, können wir da durchlaufen? Äh, 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 geht schon eher in die Richtung auf jeden Fall. Und, äh, aber ja, in der Antike. Da können wir die Sache nehmen. Wollen wir jetzt hier durch oder nicht? Oh, wir können da durchlaufen. Ja, lass uns gehen. Ähm, ich sah gerade einen Chat, äh, äh, und, äh, äh, wir sind in der Chat, ob wir reagieren. Wir reagieren bei den anderen Chat. Wir reagieren bei beiden Chat. Aber weil wir also walking, um, es ist etwas, 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 etwas hier und dort. Aber wir haben die Chat in front uns. So, das ist die Chat und die Chat. Und, also, für die Leute zu kommen, um, ich bin in Englisch, aber ich kann auch Deutsch verstehen, so, äh, das ist so, wie wir das machen können. Bilingue. Das stimmt, das trifft doch vor uns alle zu. Wir reden deutsch, aber wir können auch englisch verstehen. Das ist verrückt. Ich kann ja mal so langsam auflösen. Ich fand das recht witzig, wie die Stadt an sich hieß, und zwar, sie heißt Uruk und wird das erste Großstadt gehandelt, also wie die Uruk-Kai quasi. Ich habe nicht weit genug nachgeguckt, ob es da tatsächlich eine Verbindung gibt, also Großmacht, Großstadt, das ist nicht so richtig, aber es war genau im Südiran, und zwar 4000 vor Christus. Oh, oh Gott. Das ist wirklich lange her, und da wurden die Grundfesten gelegt, zu was es überhaupt bedeutet, eine Großstadt zu sein. Die Stadt selbst hatte fünf Quadratkilometer auf Basimo Gros, aber knappe zwölf Kilometer Wand wurden da ringsherum gezogen nochmal, weil Wände. Okay, who in our chat, did anyone in chat guess anywhere close to it? Im Rot. Oh, we can actually see the crossing on this side. Look at that. Ich habe meine englische Input hier bekommen, an der Stelle. Ah, nice. Und das wäre quasi so das nächste Ding. Also wir sind jetzt schon durch so ein paar Distrikte durchgelaufen, und Distrikte ist tatsächlich etwas, was da in Uruk das erste Mal auch Anwendung gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine konkrete Erfindung ist, aber eine Trennung nach, wie man eine Stadt so plant. Off we go, off we go. Wo gehen wir ja hin? Viel Glück, okay. Dass es Bereiche gibt für die Politik, Bereich für Glaube, speziell diese Stadt hat man natürlich sehr darauf ausgerichtet, dass die Tempel da am Vordergrund stehen und alles darauf hinrichtet. Man kennt es manchmal von deutschen Städten noch, dass Kirchen die höchsten Gebäude sein mussten in einer Stadt. Ich denke, oh Gott, was es Plato, die ganze Stadt hat die ganze Stadt, die die Stadt sind, 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 die Stadt sind. dass da ein Center ist, das ist der Gehirn, und das ist wo die Philosophers sind, und dann ist es, wenn ich besser bereit bin, um das zu wissen, ich könnte es zurückkehren, vielleicht jemand in der Chat weiß, was ich darüber sprechen. Aber ich habe, in der Philosophie-Class, eine Welt-Segment auf die Stadt und, ich glaube, die Regierung, und eine Sache war, dass die Stadt oder die Regierung strukturiert werden sollte, wie ein Mensch, das habe ich gefunden, wie ein sehr entschuldiges Konzept in a way zu sein. Ja, vielleicht. Wie heißt das Tier? Nicht ich will Sternschnuppe sagen, aber... Starfish? Ah. Danke, genau. Zeit, um eine Stadt zu haben, wie ein Amoeba zu haben. Unsere Amoebasen sind, wie ein Seller. Das wäre sehr einfach. Wir müssen da gehen. In welchem Distrikt einer Stadt wohnt denn? In der Chat. Ganz spannend. Gibt es Distrikte, da wo ihr wohnt, und wie findet ihr so ein Distrikt? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Okay, warum können wir hier nicht durchgehen? Wo? Wir müssen hier durchgehen. Okay. Ich habe versucht, das zu machen, aber... Das ist ein bisschen chaotisch. So, wir können runter? Okay. Oh, let's go. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie wir nach Outsiders schauen müssen. Ich glaube, das passiert sehr oft. Aber es ist einfach so, dass Leute in Grand Theft Auto randämmlich gehen. In Grand Theft Auto? Oh, ich gehe... Ich habe ein Handy gecheckt und direkt gegen eine Ampe gelaufen. Ah, soziale Kommentar. Hier geht's. Was sind die genannt? Smombies? Smartphone-Zombies? Ja. Also wir müssen echtzeitig loslaufen, dass wir von uns und zuhause aus den Weg überhaupt schaffen. Ja, wir waren auf dem Weg für 15 Stunden in-game, ich möchte auch sagen. Oh Gott. Ja. Die Leute fragen, warum sind wir nicht nur in unserem Arbeitsplatz schlafen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir uns das gleiche fragen. Distrikt? Doof. Oder zweiteilig direkt am Deich. Das klingt aber ganz schön. In einer großen Straße. Da kommt man dann auch schnell woanders hin. Ich war aber für wenige Wochen in der Merenke tatsächlich und fand es krass, wie Städte da geplant werden. Wie krass sie abgegrenzt sind. Also es gibt dann wirklich so direkt eine Straßenkreuzung und da ist dann Schluss und alle Gebäude dahinter sind, ich weiß nicht, Bürogebäude oder Industriegebäude oder hier ist der kommerzielle Distrikt, hier kann man einkaufen. Also wirklich so Distrikt sind. Ja, die Zonung in den USA ist absolut krass. Und ich fühle mich, dass das auch ein Einfluss der Stadt nicht wirklich aufgerissen werden. Okay. Wenn ich überrasse, dann ist es deine Schuld. Ja. Oh, hier geht es. Green jetzt. Aber ja, ich glaube, es gibt einige Stadt, wo man sehr klar sehen kann. Das ist das erste richtige Schild, was ich sehe, was zwischen Stopp und Lauf hin und her schaltet. Nein. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es das nicht. Ja, ich bin auch gefragt, warum es nur einseitig ist. Ich musste die Kamera umdrehen, um zu sehen, was ours aussieht. Entschuldigung? Ja. Ja. Das ist ein Weg, um den Traffik zu kontrollieren, ich glaube. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Ja. 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 wo ist es denn gut ja we are on our way let's see i'm gonna check the map we do still have a bit to go we are going to the soul train station you can also see this commentary on how badly publicly connected the city is yeah okay let's go this is einfach verkehrt rum ist es einfach auf der anderen Seite dieses schild but yeah we do still have a tiny bit to go i do wonder if this person that is driving around in front of us is trying to give us a lift is this someone from chat have you found out have you found us and are now walking along with us and are wanting to give us a lift oh no that person just pulled their gun out okay thanks I'd rather not but yeah in general the GTA public transport there is obviously a subway station further up north but also wouldn't be very interesting for us to just be sitting in the subway for like half an hour and driving around which i'm sure you will all agree with hence why we are walking down to porto del sol and we'll then be getting in there to get to the airport and ideally we would have biked here but it was very difficult to find bikes das ist in der Tat eine ganz gute Information alle möglichen Wege gecheckt wie man zur Bahn einfach kommen kann der einfachste Weg in unserem Kopf ist natürlich da wo wir wohnen machen wir das genau wie auch jetzt normalerweise man nimmt sich ein Fahrrad und fährt da einfach hin oder nen Bus aber wir standen an einem Busstopp der Bus kam ja Busse fahren hier rum aber sie halten nie an lassen keine Leute rein there's also like oh 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 jeez was passiert um um okay uh chat has this ever happened to you on your way to work sound off in the chat I am very glad that we are in passive mode because I am yeah that that wasn't very nice länger zur Arbeit brauchst als du arbeitest dann lohnt sich das nicht das kann sein wir haben ziemlich lange Schichten ja ich meine wir arbeiten am Flughafen das das tolle ist fliegen dann einfach wo woanders hin oh god um wir müssen ein bisschen schneller laufen das ist halt so in amerikanischen Großstädten passiert das manchmal wie fühlt ihr das so ein bisschen unentspannter als Gäste was passiert hier? oh ja was mit dem falsch? Jake GEEZ oh noo Mita ich wäre nicht hier bleib einfach bei dem Stoppstilch ja das heißt alle Sto GEEZ GEEZ wo gehts lang Wir können schon ein bisschen weiterlaufen in die Richtung. Das stimmt, ich verstehe, aber auch das Spiel hat einen Funktionalen Publisher. Oh, hast du irgendwo irgendwo ganz anders spawiert? Boah, was ist denn das App? Oh, wie wichtig. Oh, wir versuchen uns einfach zu machen. Ich glaube, du bist ein bisschen weiter nach der Linie. Oh, jetzt schießen wir. Du kümmerst dich mal um dieses Problem und wenn du das dann geschafft hast, dann darfst du dir auch ein Taxi zu uns wieder nehmen. Das kann auch ein bisschen dauern, ja. Aber bei uns, wir laufen ja auch noch einen Moment. Ist das jetzt da rot, aber warum halten wir die da? Ja, ich hol euch schon wieder einen. Genau, bin mir sicher, du schaffst das. Hoffentlich killt er mich nicht gleich noch, das wäre ja übelst. Oh, jeez. Nein, keiner von uns ist Pilot übrigens. Wir reisen einfach mit. Ja. Also, wir waren über private Lobbys, aber wir haben ja auch ein schönes... Da war gerade grün für einen ganz kurzen Moment. Ja, ich sollte da gehen. Ja, ich komme jetzt wieder entspann. Ja... Böh! Was last? Oh, der sieht mich schon wieder an, oder was? Das ist ein Geisterfahrer. Was sind das für grüne Lichter? Ich denke, das sind Bomben, vielleicht? Aber sie machen so gel. Slick Bomben, vielleicht? Das ist Geisterfallen? Ein bisschen zu spät dran, der Mensch. So langsam würde ich mich in der U-Bahn dann doch besser fühlen. Nicht auf die Ampel geachtet, ne? So schnell geht es da nicht. Da hast du bestimmt mit diesen Dingern auf dem Boden verwechselt. Okay, es sieht gut aus ehrlich gesagt. Ja komm, einfach rüber, einfach rüber. Also, die nächsten Mal, dass du einen schweren Zeit kommutieren möchtest, denk mal an das. Das könnte dir passieren. Ja, ich muss ja auch sagen. Es ist ja nicht nur diese Architektur der Stadt, die sehr unfreundlich ist, sondern auch einfach die Anzahl der Menschen. Also, in general, a lot of sensory input, you do just get a complete overload at some point. Because even if there isn't a guy shooting at you, you have all the light, you have all the sounds, you have all the smells, you have the hard floors and whatever. It is a lot. And I do think in general that people who live in cities and spend a lot of time in cities deal with stress quite differently and there is like a sickness of like large cities. like that is basically a sensory overload at some point. Oh jeez. Yeah, we are almost there. Okay, very good. Man, taxi drivers these days. Yeah, this is not how you sell your surfaces. Good sir. Alright, yeah, but we are almost there. Yeah, honestly. Wo is the police when you need them? Mhm. Mhm. What was about the people? Mhm. 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 Okay, yeah, okay. Okay, as a quiz question. Excuse me. Okay. Okay, that's something. One less than one more than one. Is it still still a big city? Yeah. So, but how many people is one of the big cities? A big city? Yes. Yeah. I can't even hear that. You can also hear that. That's a loud noise. Ich frage mich nur, ob diese Person versucht, zu kraschen. Oh, die Koffer. Hier sind sie. Da ist eine Transportstation. 15.000? Das ist eine Beschätzung. Wir sind in Brün, oder? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. So, hier sieht uns jetzt auch noch ein. Dann kann es gemütlich weitergehen. Also, wir haben 200.000. Wir haben 15.000. Haben wir noch mehr Schätzungen? Oh, da ist es. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Oh, schau. Ja, wir müssen auch in die Richtung des Flughauses gehen. Oh, da ist es. Also, eine Großstadt ist eine Großstadt, wenn es mindestens 100.000 sind. Und, äh, es ist ja spannend, wie viele Großstädte es auf der ganzen Erde gibt. Und dann mit dem Ticket ziehen. Ja, wir gucken uns die Station noch mal ein bisschen genauer an, wenn wir an der nächsten sind. Ich schätze, wir können da ja mal ein bisschen Ticket ziehen. Okay. Großstadtstress, so sieht das aus. Oh, come on. Hamburg soll die größte Stadt gewesen sein. Okay, gut. Tokio. Ooh. Oh, ja, Tokio. Das ist auch die größte Stadt. New York. Super. I'm trying to think. Wann kommt die Bahn endlich? I mean, it just left, I think we have to wait. Das ist echt keine Zeltzer. Oh, wie kommt sie da? Ist sie das? Um, I mean, does it, no, we have to... Ist es die richtige Richtung? No, wrong, wrong direction. We're in this one. We're in this one. We're in this one. That should fight for me, too. Yeah, we need to go to the airport. Ja, klar. Sollte mich besser auskennen, aber... Also, Respekt. Respekt für diese Bahn. In Berlin, ja? Da wäre jetzt Schluss. Für zwei Wochen lang. Total ausfallring Bahn. Ja, honestly, in Hamburg, the second, like, a single snowflake falls on the tracks, like, the tire train system breaks down for half a day. I think the biggest city I've been to is Kuala Lumpur, and that was also a city that was very much not... That's very much not friendly to pedestrians. You do just need to take either a car or a public transport, or just walk across the streets very quickly. Ah, this is a moment in which I really don't suffer when you have to wait longer on a road. Yeah. Yeah, I don't know, like, what rhythm they're driving in actually. I would like to know. Also, I like the fact that we've now been on the go for 24 hours and have now gotten here. And it seems that the person who was causing the mayhem has been taken care of. For the minute. But look at this nice, uh, incoming sunrise here. Oh god, oh, shoot, 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 shoot. I do not want to see. I do not want to see. Ah, there it is. Ah, there it is. Ah, there it is. Ah, there it is. Oh, how many guests are there? So, I'm going to go to the front. Okay. Everyone say hi to the conductor. Hi. Oh, I'm going to go to the front. I'm going to go to the front, of course. Ah, just stand here in the front. Yeah. This one does. I do find it, uh, like, I do find it quite sad that you can't sit in the train. Nope. Yeah, also the doors are open. Like, let's not forget that. Yep. It's a great idea. Yeah. It's a great idea. What? 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 Honestly, um, the ambition, the rise and grind that I'm feeling of having this career at the Airport, where one day I will be a pilot, but until now I am just working the, what's that called, the Laufbahn. Honestly, that's what keeps me going, that and the American Dream. Honestly, I have no idea. I have a feeling I've done this way too often, and the lack of sleep is just part of my personality now. That's absolutely true. It's all about the emotional mood that he has here. It doesn't sound good. Yeah, I was gonna say, I would've like napped on the subway, but also there is a guy driving in front of us and like trying to hijack the train. It doesn't really help. Wow. Also, nochmal, Respekt for this bar. I think the Deutsche Bahn would've like completely cancelled everything for a week in these conditions. You just have to go through the water. Okay, well, are you littering? How does that look? Can you please lift us up? I'm pointing at you, I see you. Yeah, you. But yeah, we are almost there, because we are getting off after this station. So not this one, but the next one. This is the parking place, if I remember correctly. Parking place? Uh, jeez. No. Parking lot. Oh jeez, Charlie. But yeah, one more and we are there. Okay. Also, we don't get off here. We're still driving one station. Oh my goodness. Now, I'm going to have to go through. Honestly, this commute does remind me of a game that we have in our exhibition. Subway Midnight. Oh, that's right. Yeah, because that is also a subway journey that one would probably not want to take in real life. For those interested, that is in our exhibition, both here in the Jupiter in Hamburg and also online in the Play Valley. Yeah, exactly. In the Play Valley you can go through every time. In the entire exhibition, you will see the Subway Midnight. That the right thing just left behind the wall, from the wall to the wall. And all the things happen. For example, what did you actually eat? You haven't eaten yet. The trick is still there. I see it. You just broke it. And not even removed. And now he's been operating here so long. Beide. Diese Wolkenflaschen hinzu. Okay, time to get a drink after this. I need some caffeine. This is more expensive than a beer in Red Dead Redemption. I have to say that Hamburg's public transport system, but I get confused every time I'm in Berlin, because I'm not used to there being a ring. And, oh no, came on, what happened? Like, I'm not used to things being like clockwise or counterclockwise. And I have gotten into the wrong train on many occasions in Berlin for that reason. I love the Latin names of other places. My favorite station, Lorem Ipsum. Yes. Oh no, I said that as a joke, but it's actually true. I was not looking at your screen. I mean, great. Yeah, I don't know what it should be. There's also a translation, and you can see it on the other side. But, oh no. Also, Q Mono? Yes, I will actually drink coffee until that point. That is, I think I, my, my blood now consists of like 70% coffee. People who understand biology, please don't correct me on that, if that is not possible. Well, I, I, it is just the coffee, trust me. You're ready to get the station. Thank you. Yeah, we have to go to work now. We are already late because it is now almost 9am. I'm gonna say, if our shift starts at 11 or something, we do have to walk quickly. Also, we do seem to be the only people working here, because no one else has gotten out of the train. You coming, Matt? Yeah. Come on, we're gonna be late for work. Okay, okay. Stay away. What's that again? Oh, what does this get? Decaf, light, reinforced rain, saved whale milk, low fat, oh god, tofu and bread sugar. Eight dollars for coffee, that's a fair trade. Okay, bean machine. Oh, guck mal, das sieht aus so wie wir fahren. Oh, yeah. See, the other reason why we have to take public transport is that the last time I tried to drive a car, I crashed it up a mountain, I crashed it down a mountain and then crashed it once again. Wenigstens kannst du rein. That is true. Oh god. Die müsste mit einem Pferd hier rumreiten können. Honestly, Grand Theft Auto, but there's horses. I think that's a concept that Rockstar should implement soon. So, und die Unfreundlichkeit endet hier nicht. Guck mal, was wir hier alles nicht dürfen. Man darf nicht rauchen, nicht trinken, nicht essen, nicht skaten, nicht hinderns geben, nicht Müll wegwerfen, und man darf nicht singen, schätze ich. Deine Sicherheit ist wichtig für uns. Surrealist Cameras auf Homestead haben nicht einen Monitor. Hm. Schläft noch nicht. Mhm. Aber ich muss sagen, hier die Bänke sind auf jeden Fall besser gestaltet als viele Bänke, die ich kenne in deutschen Großstädten mittlerweile. Oh, I find hostile architecture, like the term that's like for public spaces that are not friendly to homeless people, like hostile architecture is just awful, like when Banken, when like park benches have like little dividers or something, so that you can't sleep across them, absolutely awful. Wo ist eigentlich der Mensch bei dem Tickets kaufen kann? Ja, aber sehr gemütlich sieht das ja auch nicht aus auf dieser Treppe. Also es gibt auch Menschen, die immer wieder anrufen wollen. So, bin ich jetzt wirklich hier, ihr seid... You go off. You go off? No. Hinterher. Go upstairs, yes. Yes. Wartet ihr schon oben. Yeah, we are already waiting for you. Ja, das ist nett. Dann kommen wir wenigstens alle zu spät. Ja, genau. Was ist das denn Spät? Wir steigen aus? Zombie-Apokalypse. Das ist schon die Überleitung zum Morgen. Oh Gott, yeah. Das ist, das ist, das ist exakt wie morgen. Ein Auto fährt, führerlos an uns vorbei. Oh, look, es regnet. Wo ging's zur Arbeit nochmal? Yeah, follow me. Der Pferde verboten Sticker fehlt. Das ist korrekt. Genuinely, I feel like Grand Theft Auto, but it's like Grand Theft Horses. That would, like, I mean, Rockstar must, like, they just have to, like, use the horse assets from Rented Redemption, put that into GTA, and they can, like, release it for the, like, 50th time. Honestly, I think that would be good. If anyone from Rockstar is watching, you can message me and I will pitch this to you. And, um, it'll be a great game, trust me. Oh, look, this is just like Hamburg Airport. Yeah, they know who we are. And then again, no one ever comes here. What does it say here? Chemicals? Okay. Ah, smoking area. Who was smoking? You can smoke here. So. The front is right from Halle. I am very impressed by the fact that I am dressed in such a business, uh, businessy way that my hair has also not, like, been damaged by this weather. I mean, that is just, that's good for corporate culture, I guess. People can just walk this entire way and then still look the way they did when they went on their way to work. I think we should be able to save us here. Yeah, but, like, let's, we should, like, ooh, what if we, like, go up here? We'll have, like, a nice view of the military copter and all the airplanes. Yeah. We'll have a small group photo. Yeah, that sounds nice. That sounds nice. We'll have a small trip. We'll have a small trip. Yeah, that sounds nice. We'll have a small trip. I do have to say, though, I think, um, if I had to choose between working at an airport and, like, having this commute and being a soup deliverer in the Wild West, I would probably prefer being a soup deliverer. Um, that was a bit nicer, if I'm honest. I do feel like we should take the picture in a way that we can see the planes of a background. Like, I feel like this door is not very interesting, you know? So, like, you just walk around. I mean, we can see your screen, so, like, um, you just, like, get into position and we'll move into that, I would say. Okay. Oh, also, should we switch out of, um, out of ghost mode for this? I don't think our friend is gonna, like... That's a very good idea. I say this now. I don't think our friend is gonna show up, but also, um... Yeah, okay, half a second, half a minute, Ben, it is time. Am I just gonna walk into the street? Hello? Why do I not get into the self-dress mode? Why not? Why not? Ah, ta-da! Oh, I'm in the wrong direction. Oh, I'm in the wrong direction. Oh, that's good. Oh, that's good. Oh, that's good. Oh, that's good. I have to switch to the right. Okay. Okay. So. So. Aha. So, that's good. I should be out of passive mode, I don't know why I'm not. I think you're still in passive mode. I think you're still in passive mode. No, I think you still, you just need to get out of passive mode. That's the thing. Meinst du? Yeah. Okay, I'll just do a photo. Because K-Man and I are... Just to be sure. Yeah. And... In the passive mode. So, that's a photo. But it's also the journey with the three spirits. It has something Christmas. Yeah, it does. So, yeah. And I think now you have to wait a tiny bit until you... Oh, why did you not get a countdown? Are you sure you're out of passive mode? Okay. Wollt ihr noch ein Foto machen? Wart ihr nicht vorbereitet? Yeah, let's go. I want a point. Okay. So. Der Chat kann ja jetzt schon, mach mal kurz bevor wir hier fertig sind, kommentieren, wie sie die Reise fanden, was die bisher stressigste Reise für sie vielleicht noch war. Oh, no. Oh, Gott. I'm... I continue to be bad at controls. Um... Ich glaube, ich hab richtig abgedrückt. Das sah ziemlich gut aus. Nice. Yeah. Sehr schön. Also, I do... I... I don't think anyone of... Anyone of us got trench feet. Um... Maybe me, because I do have these banging stilettos on and I feel like they are not particularly waterproof. Um... Um... Also, I don't think they are particularly good for working the runway, but... I mean, one type of runway, but not the airport runway. So... Yeah. 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 Yeah, but it's Respekt, da in diesen Schu... diese Strecke zu. Yeah, right? And look at what I can do. Whiiiiiii! Oh, God, no. Oh, shoot, I died. Well... Gut. Das ist dann der Punkt, an dem unsere Reise offensichtlich beendet ist. In one way or another. So sieht das aus. Und ich würde sagen, diese zwei von uns kommen hier pünktlich auf Arbeit und ein kompletten Stück an. Yeah. So, thank you everyone for being here and joining us and keeping us company for the more than 24 hours that we ended up walking to work. The next time you're communicating to work, you can just remember, it could always be worse. Oh, God, why is there a plane flying above us? Oh. Goodbye, Kemal. Why did you not... Yeah, I wanna... Can I... Yeah. Anyway, like I said, thank you to everyone who tagged along and kept us company and who answered Matt's fun questions. If you wanna hang out with us again this week, you can do so tomorrow evening, because we will once again be walking around, this time in the world of Fallout 76. This time with less of a job, but more of a home we are trying to find. So, yes. Yes. Well, thank you everyone. Have a wonderful evening. Um, and we hope to see you online, offline, and everywhere in between. Good night. Bye-bye. 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 Ciao.